Herzlich Willkommen zu Folge 57 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Moin Stefan. Hallo Jasper, hallo Menschen, hallo Welt. Da sind wir wieder, mit etwas Verspätung, aber noch in der regulären Wochenrhythmus. Wir sind noch in der richtigen Kalenderwoche, genau. Alles wird gut. Ein besonderes Hallo an alle neuen Hörer, die über Radio Bob zu uns kommen. Da sind wir jetzt auch in der App vertreten mit unserem Feed. Das freut uns sehr. Willkommen. Moin Moin. Ja, und damit steigen wir auch direkt ein in Dinge. Ein Hinweis noch für unsere lieben Unterstützer. Die erste Bonus-Folge wird direkt nach dieser Folge aufgenommen. Und aber noch. Nein. Und wahrscheinlich 24 Stunden später veröffentlicht. So, ich war gerade im Kopf wieder woanders. Kommt, wird super. Ja, bestimmt. Also wir wissen noch nicht, wir haben es noch nicht aufgenommen. Aber ihr kennt uns. Ja. Oh Gott. Nun, dann kommen wir zur eigentlichen Folge. Und ich möchte einsteigen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, mit einer zweiten Runde von Manowar erzählen Dinge. Das ist so schön. Wir greifen eigentlich, kann man die beiden Folgen perfekt zusammenpacken. Es wird nicht so ausufern wie beim letzten Mal. Das war aber sehr schön. Mir ist aber noch eine Sache aufgefallen, abgesehen von dieser lustigen Konzertabsage, die du auch gesehen hattest, die wir auch bei Facebook gepostet haben, wo man auch nicht wusste, machen sich die von der Halle, die das Absagen gerade über die Band, lustig? Oder ist das ernst gemeint? Wer es interessiert, kann man bei Facebook nachlesen, bei uns ist ein bisschen unterhaltsam. Oh ja. Aber es geht um die Tour an sich. Und zwar habe ich hier nochmal ein Zitat. Keine Sorge, es ist ein kürzeres Zitat als beim letzten Mal, es ist auch nur ein Zitat. Und dann werde ich dich, Stefan, fragen, was du glaubst, was es damit auf sich hat in der Realität. Oh je, oh je. Also, manowar.com, eine News zur Final Battle World Tour 2019. Die Final Battle World Tour 2019 wird mit dem Slogan Fan-Favorites-Only erneut neue Wege gehen. Jede Show wird sich in der Songauswahl von den anderen Shows unterscheiden und auf einem Voting der Fans basieren. Bla 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 bla. Ein wirklich einzigartiges Abschiedsgeschenk an die besten Fans der Welt. Moment. Wieso ist es hier? Also, Fragen, viele Fragen. Abschiedsgeschenk? Das ist nicht der eigentliche Punkt. Ja, aber, also, da muss man doch mal anfangen. Also, die Band löst sich ja nicht auf. Das Wort ist da einfach nur so reingerutscht. Die haben nie davon geredet, dass sie aufhören wollen. Deswegen, das Wort, das ist so, weißt du, T9, das ersetzt einfach Wörter, Autokorrektur, das kennt man ja. In drei Sprachen gleichzeitig. Das passiert. Selbst im Besten. Genau. Aber was ist vielleicht der eigentliche Knackpunkt dieser Aussage? Also, der Knackpunkt, wie unfassbar innovativ sie mit ihren Fan-Favorites sind. Dann die Frage, wie geht das zusammen mit jeden Tag eine andere Setlist oder in jedem Stopp? Und da ist ein ganz großer Haken noch irgendwo zwischen den Zeilen, ne? Die Realität ist, dass jede Show dieser Tour die exakt gleiche Setlist hat. Was? Und unter anderem ist da ja auch einer von der EP drauf. Und das kann kein Fan-Favorite sein, weil die Leute haben das vorher noch nie gehört. Nee, also außer die, die ein ganz freiblich hinterher reisen. Okay, das ist auch nur das Getro, das ist nicht so wichtig, aber die haben irgendwann aufgehört, in den News dieses Fan-Favorites kleiner zu schreiben quasi. Und es nur noch so ganz hinten auftauchen zu lassen. Und inzwischen sind es halt nur noch die generellen Fan-Favorites nach dem, was man glaubt zu wissen. Klickzahlen und so. Ja, sie haben tatsächlich so eine Aktion gemacht, da sollten Leute irgendwie mit dem Hashtag Manowar und irgendeinem anderen Hashtag irgendwie ihren Favoriten-Songs schreiben. Und da haben sie noch ganz begeistert reagiert, ja, manche Fans haben sich sogar die unglaubliche Mühe gemacht, eine ganze Setlist zu schreiben. Und dabei herausgekommen ist, ja, wir machen doch nur eine Setlist für alles, weil das ist auch viel zu... Das ist ziemlich anstrengend, alle Songs aus dem eigenen Repertoire zu können, das ist... Sie hätten ja sogar eine perfekte Ausrede. Hätten sie? Ja, klar, weil halt die Band, die jetzt auf Tour ist, ist nicht mehr die Band, die bei der Ankündigung noch feststand. Die haben mal wieder den Drummer gewechselt und die Gitarre. Ah, ja, gut, aber... Das könnte man zumindest benutzen, so, ah, schwierig, und wir wollen ja nur die höchste Qualität und so. Aber nein, das wurde einfach vergessen. Lappi mit Lappsch. Und jeder Kommentar dazu, der nach den Konzerten geschrieben wird, so, äh, warum war das denn die gleiche Setlist, wird sofort gelöscht. Finde ich total super. Das ist unfassbar. Da muss man nach dem Konzept von denen mal drauf achten bei Facebook, wie dann die Kommentare nach und nach verschwinden, das ist schon besonders schön. Vielleicht auch kurz als Disclaimer für alle Neu-Hinzugekommenen und so. Per se hassen wir Mennoor nicht. Nein. Nur das, was aus ihnen geworden ist. Ich habe plötzlich den Vergleich mit dem Drachenlord gebracht und der passt ganz gut. Das war früher alles irgendwie unbeholfen, aber liebenswert. Jetzt ist es einfach nur noch ganz, ganz, ganz unangenehm. Ja, aber ich meine, ich war ja auf dem Konzert vor mittlerweile zwei Jahren, glaube ich, und das fand ich ja auch geil, aber dieses ganze PR und so, oh, das ist so furchtbar. Und diese neue EP, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und es geht ja aber auch schon länger, dass die Band so nicht mehr, also viel erzählt und wenig davon hält und dann aber dabei auch so unangenehm wird und eklig und ah. Ja, kommen wir schnell zu Bier, das ist besser, das lässt es uns alles vergessen. Prost, Stefan. Prost, Jasper, ich habe Bock, du hast Bock. Hahaha, ich habe deinen Witz geklaut. Ah, ja. Cheers. Wohl bekommst. Ja, da es daraus einen Schneid gibt, nämlich den ersten Frühlingsbock des Jahres. Es ist so ein schöner Schneeregen, es ist Aprilwetter. Ja, ekelhaft. Wie der, nicht. Aber das Frühlingsbock, das bockt. Sorry. Okay. Kommen wir zum eigentlichen Inhalt der Folge. Genau, und tatsächlich, wir greifen eigentlich jetzt, oder setzen da an, wo wir letzte Folge so inhaltlich einigermaßen aufgehört haben, Devin Townsend. Hat ein Album rausgebracht, jetzt inzwischen vor immer noch einer Woche, ich bin verwirrt, egal. Empath heißt es, wir müssen reden über das, über den Künstler an sich, über ganz viel drumherum, über Prog-Metal vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, und einen großen Spaß haben. Das sollte das Zentrum der ganzen Idee sein, genau. So. Womit fangen wir denn an? Fangen wir mal an. Kurz ein Disclaimer, mal meinerseits. Erstens, ich finde das Etikett Prog-Metal ganz schwierig. Also, ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Also, wir hatten es ja oft schon genug von, so mit irgendwie Muckertum können wir nicht so richtig was anfangen, beide. Findest du es denn jetzt auf den Künstler bezogen schwierig oder generell? Generell, also wenn mir irgendwas angepriesen wird als Prog-Metal, bin ich immer erstmal so, ich weiß, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen voreingenommen, aber es ist halt so, ich mag keinen. Also, wenn es nur darum geht, wie geil man an den Instrumenten ist, finde ich es schwierig. Lange Zeit hatte ich da auch Devin Townsend eingeordnet, weil wurde er ja auch einfach so, ne? Prog-Metal, Genie und Wahnsinn, der Frank Zeppa, der Moderne, bla 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 bla. Deswegen habe ich ihn auch ganz lange nicht angehört, also, weil einfach, ich dachte, das kann nichts für mich sein. Ja, schwierig, ne? Er war jung und naiv. Er war jung und naiv. Aber jetzt hat es sich doch, also tatsächlich ergeben, gerade durch dieses neue Album, dass ich richtig Bock hatte, mich näher damit auseinanderzusetzen, was dieser Mann macht. Und meine so oberflächlichen Eindrücke, die ich bisher hatte, so Strapping Young Lad habe ich schon mal gehört, habe von allem irgendwie mal ein bisschen was gehört. Hier mal ein Album komplett, da, dies, das. Aber jetzt mal wirklich ein Album komplett, sehr bewusst, sehr oft, mit überall reingucken, nachdenken und so weiter anzuhören, ist jetzt eine Premiere für mich in diesem Fall. Und da kann ich schon mal so ein kurzes Vorfazit ziehen, ja, das ist progressiv im Sinne des Wortes, und zwar progressiv dahingehend, dass es halt versucht, möglichst viele Einflüsse zuzulassen, aber gleichzeitig ist es die perfekte Art von Progressivität, weil man muss nicht alles verstehen, um mitzukommen. Sie greifen vor, Herr Stefan Reuter. Das ist schon mal ein kurzes Zwischenfazit, das ist halt aber eins, was ich zu Ihnen generell geben kann. Ja, wollen wir kurz auch generell auf diesen Menschen eingehen? Gerne. Ja, ich habe mir mal so ein bisschen die Mühe gemacht, weil er hat ja unfassbar viel veröffentlicht, das so ein bisschen zu sortieren, das können wir mal irgendwie durchgehen. Ich erwähnte ja schon Strapping Young Lad. Ah, liebe es. Lebe ich. Ich habe einige der hasserfülltesten und heaviesten Songs, die ich, glaube ich, jemals gehört habe, rausgebracht. Ja, also ich meine... Und wenn man dann überlegen ist, bei Sachen wie Pantera wird immer geredet, so, das ist so das Aushängschild für Härte, so. Na, da geht schon noch was. Das ist von der Wall of Sound, von denen, aber mal ein ganzes Stück weit entfernt. Es ist halt wirklich so, also da kam das Debüt 1995 und das hieß Heavy as a Real Heavy Thing. Also das ist schon auch mit Ansage. Ja, ich glaube, das kann man so, schon alle fünf Alben, die unter dieser Band erschienen, das Geballer. Aber jetzt nicht irgendwie Deathwig, also doch schon. Ja, schon. Ja, aber halt so, naja, Devin Geballer, das ist schwierig zu erklären. Man kann es halt allgemein, was dieser Mensch fabriziert, dieser Kanadier. Das ist ein Kanadier. Er kann man nicht so in eine Schublade pressen. Nee, also wie gesagt, ich habe das so ein bisschen versucht, so ein bisschen aufzuteilen. Also es geht auf jeden Fall um Geballer, Wall of Sound ist ein wichtiges Stichwort bei ihm generell. Also wirklich massiv viel passiert auf einmal. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Spuren auf so einem durchschnittlichen Devin-Track mal sind. Und auf so einem Strapping-Gang-Lad-Track oder so. Genau, und vor allem halt auch nicht irgendwie erst das eine oder das andere, sondern tatsächlich gleichzeitig. Alles auf einmal und boah. Das merkt man vor allem ganz stark, wenn man zum Beispiel von so normalen Lautsprechern auf gute Kopfhörer wechselt. Oder so, wie viel mehr da plötzlich noch zum Vorschein kommt. Das ist schon der Wahnsinn. Absolut. Und ja, das so in Gewalt gemünzt ist Strapping-Gang-Lad. Dann, 2003 gab es das Debüt der Devin Townsend-Band, wenn ich nicht ganz fehlinformiert bin. Was so ein bisschen als Gegenentwurf in Anführungszeichen zu Strapping-Gang-Lad gedacht war. Zwar auch mit Wall of Sound und viel und alles, aber eher so ein Hardrock in ganz großen Gänsefüßchen fährt. So sind wir da auf der Ebene. Und dann hat er da so mit dem, noch zwei Alben kamen von dem Projekt raus und hier und da rumgewurschtelt. Die ganze Zeit zwischendurch kamen Solo-Alben, die von bis gingen. Also irgendwo sind es alles Solo-Alben, weil er immer der Kreativkopf war und sich Leute dazugeholt hat, bei allen Sachen, die er gemacht hat. Außer halt in seiner ganz Anfangszeit, wo er bekannt wurde als Sänger ja tatsächlich nur für Steve Bay. Genau, ja. Der wiederum über besagten Frank bekannt wurde. Also da schließt sich dann auch der Kreis. Ja, der Kreis führt sich auch noch weiter fort deswegen. Aber mit den Solo-Alben meine ich halt einfach die Alben, auf denen steht Devin Townsend und nicht Devin Townsend Band oder Projekt oder so. Das habe ich nochmal getrennt tatsächlich. Ja, okay. Naja, für mich sind es einfach nur andere Schläuche, aber der gleiche Wein. Naja, für ihn halt nicht. Ja. So, das ist ja das Wichtige. Aber ob hinter seinem Namen so ein Projekt oder ein Band steht, ist für mich als Konsumenten erstmal... Erstmal egal. Ja. Genau, aber es ist tatsächlich so, kommen wir jetzt mal zum Devin Townsend Project. Das ging los, ich glaube so, Startschluss war ungefähr 2006, 2007, wo auch bei Devin selbst persönlich einiges passiert ist. Irgendwie, er hatte vorher so eine ganz lange, wilde Mähne und sah da wirklich aus wie so ein verrückter Professor, daher auch der Spitzname. Vor allen Dingen, weil er halt auch sehr früh dann aus Geheimratsecken rausgehend eigentlich eine Glatze hatte mit so einer Kranz von der Mähne außenrum, das sah ziemlich verrückt aus. Das sah ziemlich wild aus und kam 2006 dann ab. Seitdem trägt der Mann Glatze. Drogen nimmt er nicht mehr und wollte einfach da erstmal klarkommen. Und so ein Ding, was ihn dabei total beschäftigt hat, ist laut eigener Aussage, dass er erstmal wieder lernen musste, wie er ohne Drogen überhaupt Musik schreibt. Krasse, krasse Ansage. So war irgendwie sehr, sehr spannend. Und daraus ist tatsächlich die Idee zu dem Devin Townsend Project geboren, nämlich das Projekt, er betrachtet sich selbst sozusagen als das Projekt und lotet in den verschiedenen Veröffentlichungen des Projects quasi seine verschiedenen Seiten aus. Deswegen schwankt das auch wieder sehr oder wechselt sehr zwischen dem, was da passiert. Ich glaube, es sind sieben Alben vom Project bisher, wenn ich nicht ganz fehlinformiert bin. Und die gehen dann halt tatsächlich von Easy Listening, wenn du es so willst, wie Ghosts, hin zu einem Deconstruction, wo halt der Name wirklich Programm ist, wo es auch richtig anstrengend wird, die dann beide 2011 rauskamen. Ja. So, das ist noch. Dazu, und dann gab es noch eine Veröffentlichung, die komplett rausfällt, The Casualties of Cool, kam 2014 raus. Ja. Und ist, was ist das, Ambient Country oder sowas, ein Konzeptalbum mit Sci-Fi-Story, was ganz wichtig natürlich auch bei dem Typen ist, Sci-Fi oder Sci-Fi-Motive. Und hier halt irgendwie, ja, keine Wall of Sound in dem Sinn, sehr ausdifferenziert alles und seltsam. Nicht schlecht, aber seltsam. Und fügt sich so gar nicht irgendwie ein. Das stimmt, es fügt sich nicht ein, aber irgendwie die DNA ist halt trotzdem, die fühlt man. Und das finde ich echt spannend, weil bei diesem Musiker. Menschen. Menschen. Diese Sensation. Oh Gott. Ach ja. Genau, das ist mal so ein grober Überblick. Wie gesagt, die Solo-Alben da, die kamen dann durchgehend, gab es immer wieder ein neues Solo-Alben. Also ein Album, das nach Devin Townsend betitelt war, wo es irgendwie auch so ein Science-Fiction-Musical mit Comedy-Einlagen, irgendwie irgendwie Ziltoid, die Omniscient gab und so hier. Also so abgefahrene Scheiße. Und jetzt, 2019, Empath. 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 Ja, du greifst da ein bisschen vor, ich würde noch gern kurz noch zum Menschen an sich gehen. Gehe zum Menschen. Das ist halt so einer dieser Musiker, der irgendwie gefühlt alles kann. Das finde ich mal total spannend. Also der beherrscht quasi alle Instrumente, zumindest soweit, dass er seine eigenen Ideen umsetzen kann. Und ist auch ein gefragter Produzent für andere Bands tatsächlich. Was hat er so in der Listezeit produziert, weißt du da gerade was? Das weiß ich nicht aus dem Kopf, aber es gibt ja eine Liste und die liest sich ganz gut. Die ist wahrscheinlich also nochmal länger als die der eigenen Veröffentlichung vermutlich. Und man muss auch sagen, der hat echt krasse Skills beim Singen. Wollte ich sagen. Also der kann da nahezu alles. Das sind irgendwie vier Oktaven, fünfeinhalb Noten Stimmumfang. Ich würde sagen, das ist schon so in der Rock-Welt irgendwo in den Top Ten auf jeden Fall. Ganz, ganz sicher überlegt. Also so Leute wie in Axel Rose, wo sie in der besten Zeit sind nochmal ein Stück weiter. Ja, und so in Freddie Mercury und sowas auch. Und er nutzt diesen Umfang halt auch sehr stark tatsächlich. Ja, weil... Das ist schon Wahnsinn. Schon angelegt von, also mit der Gewalt, wo halt auch Growls dazugehören, bis halt zu wirklich krassem, fast schon opernhaften Gesang. Und das halt wirklich auch in fliegenden Wechsel stellenweise. Das geht nicht so einfach. Da muss man schon echt wissen, was man tut. Ja. Wusstest du, dass er mal als Nachfolger bei Judas Priest von Helfort im Gespräch war? Nein. Ja, und da hat er keinen Bock drauf gehabt. Ich habe das an ein paar Stellen gelesen, er hat das auch ein paar Mal erzählt. Ich habe keine Aussage von der Band dazu gefunden, auf die Schnelle. Vielleicht war das auch wieder irgendein, er verarscht mit dem Interview Leute. Ja, das muss man auch sagen. Er hat einen Humor und ist manchmal ein bisschen zwinker, zwinker, zwinker unterwegs. Aber ich kann es mir fast vorstellen. Weil er halt auch immer sein eigenes Ding machen wollte ganz früh schon und halt da keine Kompromisse eingehen wollte. Ich überstelle mir jetzt gerade ein Priest-Album mit Devin Townsend vor. Er passt da schon rein irgendwie. Ja, also musikalisch ja, aber ich glaube, wie da die Zusammenarbeit aussehen würde, ganz schwer vorstellbar. Ist ja auch nicht passiert. Ist noch nicht passiert, man weiß noch nie. Ja, aber jetzt hat Heavy Devi was Neues gemacht. Heavy Devi. Heavy Devi. Ja, das ist so schön. Stefan, über welches Genre reden wir denn bei seinem neuen Album? Ja. Was? Das ist ja wirklich ein Gag, der sich durch eigentlich, also in allen Kommentaren zu den Vorabveröffentlichungen so anzieht, irgendwie. Scheiße, David, was spielst du denn für ein Genre? Einfach Antwort. Yes. Und das ist, ja, das zieht sich auch durchs Album durch und wird dann nochmal verrückter. Deswegen Proc. Ja, es ist völlig konfus, was auf diesem Album irgendwie passiert. Nee, konfus ist es nicht. Ja, ja, warte, also an und für sich müsste es konfus sein. Ja. Aber er bekommt es irgendwie hinter trotzdem einen roten Faden reinzuspinnen. Und das ist irgendwie schon ein Kunstwerk. Ja. Also ein Kunststück, kein Kunstwerk. Ja, aber das Ding wird dann zum Kunstwerk vielleicht. Also es ist schon eine absonderlich auf dem ersten Blick sehr willkürlich erscheinende, auf dem zweiten und dritten sehr willkürlich erscheinende Mischung, die er da auffährt. Ich habe es bis jetzt noch nicht ganz durchdrungen, muss ich sagen. Und ich habe es wirklich sehr, sehr oft gehört. Aber es macht gar nichts. Ich bin dabei. Und es ist echt Wahnsinn. Du hattest das schon kurz erwähnt. Es passiert wahnsinnig viel. Man kann es aber halt auch hören und Spaß daran haben, ohne es komplett zu erfassen. Und das ist wirklich eine Kunst. Genau. Also man sollte die Songs nicht nebenbei hören, weil man echt viel verpasst. Aber man kann es und hat nicht das Gefühl, was zu verpassen. Das ist auch schon wieder eine Leistung, wo ich sagen würde, Hut ab. Es gibt andere Bands, die machen verkopftes Zeug. Irgendwie ein Dream Theater oder so. In ihren schlechten Phasen. Und dann denkst du, ja, schön. Genau, da musst du dich tatsächlich auf jeden Fall hinsetzen. Sonst ist es einfach nur Zeitverschwendung. Ja, gut, wenn du dich... Aber das Zeug kannst du einfach auch gefällig im Hintergrund laufen lassen. Passt. Ja. Ja. Manchmal erschrickst du dann vielleicht kurz oder die Katze erschrickt sich kurz oder sowas. Aber geht. Ist das für dich eine Art Best-of-Album? Eigentlich wollte ich den Punkt jetzt zum Schluss bringen. Okay, wir können ihn nach hinten anstellen. Dann, bitte. Ja. Lass doch mal durchgehen. Oder willst du noch mal kurz vorab eine Prä irgendwie... Ja, ein bisschen. Also wir reden, die Leute, die das auch mal gehört haben, über 74 Minuten, 8 Sekunden Laufzeit. Zehn Songs. Vielleicht. Man könnte nämlich den zehnten Song, der steht eigentlich aus sechs Einzelsongs. Ja, das ist auch lustig. Der ist irgendwie mal... Also bei dem einen Anbieter ist es als ein 23 Minuten Schlag mich tot-Track quasi drin. Es gibt den auch tatsächlich zerstückelt in sechs Teile mit auch einzelnen Titeln. Genau so ist er dann auch irgendwie, glaube ich, auf der CD und was weiß ich. Aber ja, sowas ist ja... Ich sag ja immer, es gibt ja auch so Menschen, die quasi sagen, sobald ein Musikwerk länger als sieben Minuten ist, ist es progressiv. Das ist halt auch Quatsch irgendwo. Aber ja, ist es ein Song, sind es sechs Songs? Ja, es ist... Kommen wir zu. Kommen wir zu, genau. Kommen wir gleich zu. Dann, es gibt upgradierte Videos, werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen dazu kommen, zu zumindest drei Songs, das weiß ich jetzt aus dem Kopf. Ja. Die fangen schon gut ein, was das alles ist. Ja, was es auch gibt, was ich mir aber nicht gänzlich gegeben habe, ist einige Video-Beiträge zur Entstehung des Albums tatsächlich. So ein Make-In-Off, damit habe ich tatsächlich, ich habe welche davon gesehen, mehrere, und war auch davor gut unterhalten und das leuchtet auch ein, was da erzählt wird tatsächlich. Das kann man sich ganz gut geben, das liefert noch so ein paar Hintergründe, das geht von Er erzählt vor der Kamera und erzählt was, bis zu irgendwelchen mitgeschnittenen Telefongesprächen. Genau, und da hatte ich irgendwie ein Eins reingehört und dachte, boah, das ist mir zu anstrengend jetzt gerade, weil die Qualität so schlecht ist. Ja, es ist irgendwie teilweise, er sitzt im Auto, fährt irgendwo hin und erzählt irgendwie einem irgendwie... Ja, und das ist halt echt der Qualität so schlecht wie die von mir aufgenommenen Speak-Metal-Folgen. Nicht gut, nicht gut. Ah, zurück zum Album. Es hat so ein Oberthema in irgendeiner Form, das ist so irgendwie so die Koexistenz von Widersprüchen, so ein Stück weit. Er selbst sagt, so süße Tiere und Monster, die in einer Welt leben. Das ist schön, ja. Ja, und das ist wieder aber wie immer bei ihm sehr persönlich tatsächlich. Auch in den Geballer-Phasen früher waren es immer sehr persönliche Sachen. Aber hier ist es vor allen Dingen auch sehr positiv, ne? Also seit er mit Drugs aufgehört hat, schreibt er sehr positives Zeug größtenteils. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, aber das ist mir auch wirklich aufgefallen, wie oft so müsste man echt mal irgendwie zählen oder irgendwie einen kurzen Algorithmus drüber jagen, was da, wie oft die Worte Light, Shine, Fire im positiven Kontext und sowas rinkommen. Das ist schon witzig und schön. Und wir sagten ja, dass der Mann irgendwie ziemlich viel kann und der hat übernommen jetzt auch die Lead Vocals, Gitarre, Bass, Keyboard, Produktion und er hat alle Texte geschrieben und die eigentliche Musik hat er größtenteils alleine geschrieben. Da kam hier und da ein bisschen Hilfe dazu. Krass ist die Liste der Gastmusiker, muss man sagen. Ich glaube, Drummer hatte er drei oder sowas. Genau, er hat drei verschiedene Drummer, die teilweise, also kommen nicht gleichzeitig zum Einsatz, aber die übernehmen halt die verschiedenen Facetten. Der eine ist dann halt für das Metal-Trummer zum Beispiel zuständig. Ja, und da ist einer davon, der nämlich auch Tourmusiker von Zappa war und da kommen wir dann nämlich auch wieder direkt, da gibt es die Connection eigentlich. Genau, und der Steve ist halt auch wieder am Start. Der Steve ist auch noch am Start. Genau, und der Chad Kröger von Nickelback ist am Start. Also dem wollte ich später kommen, ja, der ist auch am Start. Fun Fact, kommt aus der gleichen Stadt wieder hin. Ja. Ja. Die Anneke van Giersbergen ist auch am Start. Die ist auch am Start. Von The Gardering. Und dann hat er noch so den Elektra-Womans-Chor. Yes. Und das Lords of Sounds-Orchester. Aus Kiew. Das Kiewer Symphonie-Orchester, genau. Mit einem unfassbar beschissenen Namen, Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Lords of Sounds, das ist so anmaßend. Ich muss auch mal an Lords of Dance oder sowas denken. Ja, aber ich glaube so, wenn man sich mal auf deren Homepage umguckt, ist es an Herr der Ringe tatsächlich angelehnt. Dieser Frauenchor ist auch ganz lustig, wenn du auf deren Homepage guckst. Die machen auch sonst völlig andere Sachen schon unterhaltsam. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich endlich mal zur eigentlichen Musik, oder? Ja, wir waren die ganze Zeit bei der Musik. Aber jetzt kommen wir wirklich zu 10 in Reihe gesetzte Musikstücke. Oder 15. Oder 25, dazu später mehr. Oh Gott, oh Gott. Okay, geht los. Mit was geht's los? Ich finde das schon so wunderschön. Wir hören einen Song namens Castaway, wie der Film mit wo die Hauptrolle ja einen Basketball gespielt hat. Wilson hat er. Wilson, genau. Und Tom Hanks war in der Nebenrolle. Genau. Und das ist auch irgendwie das, das ist so eine Inselatmosphäre mit so einem Lagerfeuer und Vogelgeräusche und so Glöckchen und Brandungen. Und so einem Chor, der auf den ersten Blick da eigentlich nicht reinpasst. Warum sollte da ein Chor sein? Ja, das sind die Muscheln am Strand oder so. Oder die Kokosnüsse. Man muss immer wissen, bei der Wind ist es nicht so unmöglich. Ja. Das ist das Intro in die Platte. Ja, also es ist eigentlich im besten Sinne unspektakulär, aber weckt schon mal eine gute Stimmung so. Das ist so, du kannst dich fallen lassen, du weißt, okay, bin ich da. Es ist alles schön hier. Ja, und das geht nahtlos über in Genesis. Yes. Nicht die Band. Nein. Sondern der Song. Und ich finde ja so ein bisschen, das kann man ein bisschen wie so eine Art Schlüssel für die Platte sehen. Das ist die Genese der Platte. Zum einen ist es die Genese der Platte, also dadurch zeigt sie aber auch, also es ist auch ein bisschen so ein Vorgeschmack auf alles, was noch kommt. Es ist ganz wild. Der Song, der framet irgendwie das komplette Album. Also sie sind weiterhin inhaltlich auf dieser Insel, definitiv. Und was passiert? Ja. Also es ist wirklich, das ist schwer so, das schon ein Stück in Worte zu fassen, weil das wirklich alle möglichen Metamorphosen durchgeht. Genau, also der Metal-Regler wird mindestens auf 9 von 11 gedreht, würde ich sagen. Genau, dann die 11 von 11 kommt nachher noch. Und für eine normale Band wäre das halt ein durchgedrehter Song, ein sehr durchgedrehter Song. Für ihn ist das relativ normaler Wahnsinn. Ich glaube, der Song eignet sich tatsächlich ganz gut auch, ist nicht der Beste von der Platte, um das rauszufinden, aber es ist einer der Songs, um rauszufinden, wie Herr Townsend im Jahr 2019 klingt. Ja, und es ist glaube ich auch, ja genau, deswegen ist es auch ein guter Check, um zu wissen, ob man generell damit was anfangen kann. Weil wenn das zu viel ist, dann nein. Und wenn man sagt, ja läuft, cool, dann weitermachen. Ja, richtig. Und da gibt es auch ein Video schon mal zu, das kann man mal sagen. Ein fantastisches Video. Das findest du fantastisch? Ja, ich finde das unfassbar. In dem passiert nämlich auch alles und eigentlich nichts. Das ist schön, er sieht den Herrn Townsend, wie er an einem Schreibtisch sitzt. Hat der Kopfhörer auf? Ich weiß es gerade auf dem Kopf nicht mehr. Ich meine ja. Auf jeden Fall hört er den Song. Er hört den Song und sitzt da und wurstelt. Und im Hintergrund, quasi wie so ein Blue Screen, passieren verschiedenste Dinge, die sich quasi in Stimmung dem, was da musikalisch passiert, anpassen. Es geht von sehr verträumten Bildern, von so hochsteigenden Luftkerzen. Ich weiß nicht, wie man diese Dinger nennt, aber so Papierdinger, die in den Himmel steigen, mit so Kerzen drin. Himmelslaternen sind in Deutschland verboten. Ja. Brandgefahr, Umweltverschmutzung. Aber es sieht schön aus. In dem Fall nicht. Kleine Tiere sterben in den Überresten. Tod und Verderben. Ja. In den Videos. Passt aber zum dem, was passiert. Man sieht diverses Meeresgetier. Man sieht Computerspiele, Videospiele. Man sieht. Was sieht man denn noch alles? Monsterchen? In Anführungszeichen? Aber man sieht irgendwie gefühlt alles. Das ist wirklich ein wilder Ritt. Ein wilder Ritt. Man sollte ihn, glaube ich, sich einmal selbst zur Gemüte da tun. Selbst wenn man sagt irgendwie musikalisch nichts irgendwie. Ich glaube, das passt einfach auch ganz gut zu ihm, was in seinem Kopf so abgegangen ist. Ja, absolut, absolut. Dann schreite doch mal zum nächsten Song fort. Ich schreite weiter und dem Titel hatte ich schon in der letzten Folge ein Prädikat verliehen, an dem sich nichts geändert hat. Das ist die neue Hymne des Planeten Erden. Spirits will collide. Heißt und ist, ich würde jetzt mal behaupten, das straighteste Stück auf der Platte. Ich finde, das ist fast schon ein Weihnachtslied irgendwie. Ja, es ist sehr erbaulich, sehr hymnisch. Ja, das ist wirklich ein radiotauglicher, aufbauender Song. Ja, radiotauglich. Doch. Nicht ganz. Doch. Aber so kurz vor. Der hat eine gewisse Härte, aber die lauert nur. Die lauert und einmal wird kurz zwischen so einem Hintergrund, irgendwie gibt es so einen coolen Schrei und das war es. Aber so, als ich das das erste Mal hörte, da war ich echt so, musste ich kurz aufstehen, mir die Hand an die Brust packen und dachte so, ja, ich bin Bewohner des Planeten Erde und bin mit allen eins wahnsinnig gutes Gefühl für Lüste aus. Und. Ja. Ey. Ey, ich finde ihn kurzweilig und ist auch ein kurzer Song. Es ist aber so sehr begeistert mich jetzt nicht wie dich tatsächlich. Doch, absolut. Absolut. Nee, ist falsch. Nein, ist komplett richtig. Guck dir die Menschen im Video an, trink dein Bier. Das ist eigentlich auch ein relativ straightes Video dann, gerade im Vergleich zu Genesis. Da sehen wir nämlich ganz viele Menschen auf einem Planeten, die dicht an dicht stehen und einem Konzert von Devin und seiner Band bestehend aus ziemlich vielen Elefanten, die auf Pauken hauen und einem bassspielenden Gorilla besteht. Und ich habe diesen Satz gesagt, ohne zu lachen, also bis zu kurzem. Du hast am Ende gelacht. Ja, aber es ist einfach, ja. Mir passiert da eigentlich auch nicht, aber. Das reicht ja auch schon. Aber die Sonne geht über die Erde auf, alle freuen sich, alle sind happy. Und das will der Song. Und wie gesagt. Und dann stellt Noah fest, dass auf die Arche leider zwei männliche Löwen gegangen sind. Hä? Kennst du das Bild? Nee. Auf den meisten Zeichnungen, wo Tiere an Bord der Arche Noah gehen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme. Aber da haben beide Löwen eine Mähne. Oh, ja, schön. Das macht die Fortpflanzung ein bisschen kompliziert. Freut mich für die beiden Löwen. Schlecht wird den Fortbestand der Rasse, glaube ich. Aber der Noah hat sich da bestimmt was einfallen lassen. Ja, Leute, immer Pärchen. Kann sein. Ja. Kann sein. Die Natur ist dafür auch offen. Ja. Ja. Dafür keine bassspielenden Gorillas. Auf der Arche vielleicht. Wer weiß. Kurze Off-Topic. Ich habe diesen Harambe-Hype nie mitbekommen. Den wen? Okay, ist egal. Na, und immer wenn irgendwo jetzt in der Öffentlichkeit ein Gorilla auftaucht, schreien alle nach Harambe, was wohl irgendwie ein Gorilla in irgendeinem Zoo in den USA war. Mhm. Der, ich habe es nie verstanden. Der hat nie von gehört. Ist das so ein Meme von Leuten, die nicht im Internet unterwegs sind? Es ist kein Meme per se. Es war so ein... Ist das was, was im Fernsehen passiert, was ich nicht verstehe? Nee. Das war schon eine Internetgeschichte, aber nicht unbedingt. Aber nicht in meinem Internet. Naja. Ist an den Gatekeeper nicht vorbeigekommen. Naja, ist auch nicht so schlimm. Aber Gorillas, die Bass spielen, sind cool. Ja, auf jeden Fall. Und der Song ist cool. Cool ist auch der nächste Song. Der ist auch sehr, sehr cool. Ja, der ist anders, aber cool. Wir reden von Evermore. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich der beste Song, um rauszufinden, wie Herr Devin Anno 2019 klingt. Ja, dem würde ich zustimmen. Na guck mal. Weil passiert wieder viel, aber im Gegensatz zu... Also es ist eine lustige Meme. Aber es ist nicht so ein Chaos. Es ist klarer. Es ist eine klare Struktur drin. Du hast einen ganz klaren Refrain. Er ist ganz einprägsam. Der super funky ist vor allem. Wie funky ist dieser Refrain? Aber er ist auch echt Metal. Er ist... In so einer Phase ist er auch kurz Metal. Und zwischendrin einfach nur angenehm. Kurz, kurz, sei zu off-topic. Ich hatte das dir schon erzählt. Das passt jetzt hier aber ganz gut als Anekdote. Ich hatte das kürzlich mit meiner Mutter davon, dass sie gern mal wieder mehr Sepper hören würde. Dann habe ich ihr da ein paar Platten organisiert. Und dann habe ich ihr testweise mal den Song geschickt, weil ich dachte, guck mal, Mutti, wenn du Sepper magst, vielleicht was. Und sie hat angebissen. Funktioniert der Test. Ja. Und das ist auch wieder ein Song, zu dem es ein Video gibt. Das ist das Katzenvideo, ne? Das ist das Katzenvideo. Die anderen verstehe ich. Also grob, weil das ist nicht so komplex. Also es ist komplex was. Aber das Video verstehe ich nicht. Es geht um eine Katze, eine raumfahrende Katze. Also die einzige Message, die ich richtig rauslese, ist, don't text and fly an Airship. Ja. An Spaceship. An Spaceship. Aber auch kein Airship. Ja. Man kann ja auch in die Atmosphäre. Weil dann landet man auf dem Planeten 4. Mhm. Und das ist nicht gut. Richtig. Also ihr kennt diese Autobahnschilder irgendwie, wo draufsteht, dass jemand irgendwie um die 30 eine SMS gelesen hat, obwohl niemand in dem Alter noch SMS bekommt, sondern WhatsApp-Nachrichten. Aber mein Gott, Details. Ich will immer noch eine E-Mail an dich schreiben, mich beschweren. Mach mal. Mach ich. Ich werde berichten. Ja, gerne. Ähm, nur halt in Space und als Song. Und als Katze. Und mit einer Katze statt Claudia 37. Und sie Message dem Silthoid, die er mich nimmt. Hat der inzwischen eigentlich seinen Kaffee gefunden? Oh, du fragst mich. Ist egal. Aber es ist eine Selbstreferenz zu früheren Werken drin. Und eine sehr süße Katze. Das ist wirklich eine super süße Cartoon-Katze. Und es gibt aber auch gruselige, komisch halb 3D-animierte See-Ungeheuer, die rumchillen. Süße Tiere und Monster. Ja, aber die sind halt so, die sind halt da und machen nix. Aber diese süße Katze ist wirklich süß. Ja. Und ja, der Song, wie gesagt. Den kann man nicht so furchtbar viel sagen. Man kann über ganz wenig der Musik viel sagen. Das ist das Geile. Über das nächste kann man relativ viel sagen, weil das ist schon. Okay. Also auch nicht über die Musik, aber über den Rest irgendwie. Ja, dann lass mal dazu kommen, weil das ist so einer der Stücke, da tue ich mich wahnsinnig schwer, um zu verbalisieren. Sprite heißt der. Ja. Nicht wie das Getränk. Also doch, ist geschrieben wie das Getränk, aber geht nicht um das Getränk. Ich fand mir gerade auch echt nicht sicher, als ich es gesehen habe auf meinem Zettel, ob ich da vielleicht ein falsches Wort aufgeschrieben habe. Sprite? Nee, nee, nee. Da habe ich gerade an den nächsten Einkauf gedenkt. Gedenkt. Oh Gott. Ach. Nee, Sprite ist, glaube ich, jetzt lasst mich lügen, das ist. Ich meine auch so ein Wort für so eine Art Geisterchen. Weißt du? Mhm. So. Also, das passt schon. Aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Das ist irgendwie, das beginnt wie ein klassisches Märchen tatsächlich. Es geht um ein kleines Vögelchen. Genau. Also, wortwörtlich wie ein Märchen mit Once Upon a Time und so. In a tiny little house. 35 Sekunden lang erzählt er uns aus diesem Märchen. Das nimmt Bezug auf einen Song von ihm aus 2001. Kennt er da? Aha. Ja. Und es ist aber irgendwie so ein Fremdkörper in dem Album. Eigentlich. Das kannst du dir immer aufbringen. Das kann man irgendwie echt überbringen. Das ist Wahnsinn. Beschreiben Sie bitte das neue Album von Devin Towns in den zwei Wörtern. Ja und oder eigentlich. Ich finde das ganz spannend, weil das ist einer dieser Songs, wo es eben nicht funktioniert, dass man den einfach nur hört. Ganz genau. Also, das ist, da passieren, ich glaube, vielleicht ist eines der Dinge da, die Wechsel, die passieren, sind viel, wie drückt man das am besten aus? Die Spannweite ist irgendwie größer. Die größer? Von ganz leicht Positiven bis zu, ich habe es mal Space Gollum getauft, auf dem das endet. Ja, aber die Gegensätze sind nicht so klar abgetrennt wie bei zum Beispiel Genesis. Also, das ist wirklich, das geht so fließend über. Fließend ist das Wort. Fließend. Also, mehr als bei den anderen Stücken, die ineinander wiederum selbst sehr fließend übergehen. Aber das nur kurz dazu. Und ja, deswegen ist das halt, konnte ich noch nicht so richtig durchdringen, lustigerweise. Ich finde den super. Das ist so ein geiler Feelgood-Song, so herrlich abgedreht, so schräg, wo es halt aber auch wirklich nicht um diese Wall of Sound oder sowas geht, sondern es ist einfach, das Konstrukt an sich ist einfach schräg und seltsam und geil. Ich bin total der Fan von. Wie gesagt, ich. Und auch irgendwie fast gar nicht Metal, muss man einfach mal sagen. Also, nö. Aber der Metal kommt danach. Der Metal kommt direkt im Anschluss. Hear me, heißt der Song. Genau, mit der Anneke und dem Kröger-Chat. Und dem Kröger-Chat. Hast du den da irgendwann mal richtig rausgehört? Ja, der ist im Background-Gesang. Ja, aber manchmal hörst du es ja trotzdem irgendwann nach. Genau, aber die Anneke, die hat ja eine sehr offenkundig offensive Rolle. Ja. Offenkundig offensiv. Die hat eine ganz normale Gesangsrolle, sag ich. Ja, also das hörst du auch eher. Also ich glaube, wenn ein Devin und ein Chat zusammen brüllen, klingt das an. Also das hörst du dann nicht unbedingt. Also unterscheidet sich nicht unbedingt. Aber so eine Anneke schon. Ja. Ja, es ist halt tatsächlich der... Das ist der Metal-Track eigentlich. Der einnützige, wirkliche Feste. Der wirklich definitiv Metal ist. Also er ist vielleicht noch ein bisschen zu fröhlich und positiv für die meisten Metal-Sachen. Ja, aber das ist ja gerade das Schöne bei Devin, was er ja immer macht. Also wo er mit der wirklich angefangen hat. Dieses Hard, also wirklich auf einer Instrumental-Ebene Hard, aber trotzdem so... Im Englischen gibt es dieses Wort Uplifting und da fehlt mir jetzt gerade so das deutsche Pantone. Aufbauend. Aufbauend, ja, aber das ist noch nicht... Also nochmal ein bisschen eine Stufe drin. Ja, ja. Ist egal. Ich finde den einen Ticken zu lang, muss ich sagen. Absolut. Also dafür, dass halt im Vergleich zu den anderen Songs relativ wenig passiert, in Anführungszeichen. Also relativ stringent alles. Gibt es dann eher ein paar Wiederholungen, so die... Aber ich finde, der macht sich so ganz gut da an der Stelle so ein bisschen als Störer vielleicht tatsächlich. Es ist ein Störer. Vor allem, weil er halt geframed ist von diesen beiden anderen Songs, die so ganz anders sind. Es ist irgendwie so ein... Ich finde, das ist so eine gewisse... Mir fehlen heute die Worte. Ist gut, wir wollen ja heute nur ganz viele Sachen aufnehmen. Das macht gar nichts. Ist egal. Ach so, ja dann. Ich komme noch irgendwann drauf. Ich habe da gerade echt Überernstellung. Ne, ist aber genau gut platziert, so wie er ist. Ja. Und leitet dann, oder leitet über in... Why? Ja. Und ich fragte mich zuerst auch so, why? Genau, wir hatten ja schon das klassische Märchen und jetzt kommt mit Why das Disney-Märchen. Ja. Also das ist Devon Go's Disney-Soundtrack. Mit halt wirklich jetzt hier den Lords of Sound Orchestra und dem Elektra Choir auf... auf 10, 11, 12 hochgeträgt. Aber auch so ein bisschen Black Metal Vocals tatsächlich. Ja, so zwischendrin und gegen Ende hin bricht ja auch mehr so die Gitarre dann wieder rein. Aber über weite Strecken ist das Stück halt auch so ein... Ja, so ein Disney-Song. Das passt schon wirklich gut. Und diese Mischung ist jetzt nicht hundertprozentig neu. Gerade dieses Orchester und dann noch so harsche Groels und so. Aber es ist selten so gut und stimmig wie hier tatsächlich. Ja, das würde ich auch einfach mal kurz sagen. Also allein der Song ist wesentlich epischer und bombastischer als alles, was Manowar die letzten... fünf, sechs, sieben Jahre veröffentlicht haben. Oder Dimo Borgia, was das angeht. Na, na, da kann man nochmal anders... Das ist wieder eine andere Kategorie, das ist nicht ganz so schlimm. Aber das ist wirklich schon... Na gut, die haben die letzten Jahre auch nicht so viel veröffentlicht. Beide Bands nicht. Ja, aber Manowar hat sich das behaupten. Manowar hat zu viel veröffentlicht. Das ist ja auch das schöne... Devin, der Macht hat einfach. Ja. Also er redet auch drüber, was er tut und wie er es tut und warum er es tut. Aber immer mit einem Augenzwinkern. Immer das. Und er weiß auch, glaube ich, was er kann. Oder er fragt sich zumindest, was er kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu dem wir später kommen. Aber ja, toll. Und wie toll der hier singt. Also, Alter. Ich finde den ganzen Song toll. Ja, ich auch. Aber das muss man wirklich sagen, so gesangsmäßig ist das für mich das... Also, weil es halt da wirklich auch diese ganz ungewohnte, diese ganz ungewohnte klassische, in Anführungszeichen, Kontext ist, wo er auch, wo er halt seine Stimme auch noch mehr Raum einnehmen kann als sonst. Weil bei so einer Wall of Sound, wie er das hier normalerweise mit elektrisch verstärkten Instrumenten spielt, also es ist schwierig, da drüber zu kommen. Und hier einmal voll. Boom. Großartig. Gehe ich mit. Kommst du mit in die Borderlands? Ja, in die Borderlands. Ist bei mir dasselbe wie bei Sprite. Ist überhaupt nicht meins irgendwie. Ja, also ich finde hier, das ist... Das hat zum Beispiel, das ist jetzt wieder so ein... Ich finde es, wie gesagt, ähnlich wie Sprite. Das ist irgendwie relativ schräg. Da passiert wahnsinnig viel. Der ist richtig absurd, der Song. Der ist komplett absurd. Gleichzeitig aber auch wieder mit einem super catchy Refrain. Und super happy. Ja. Und... Aber es ist so wahnsinnig schwer zu fassen, ey. Ja, also der Song ist noch überlang, der geht elf Minuten. Ach, das ist doch gar nichts. Ja. Er funktioniert, aber er spricht mich nicht an. Ich bin dir sicher, der wird irgendwann noch klicken. Vielleicht. Aber für mich ist das erstmal so eine Sache, wo ich weiß, warum das eigentlich geil ist. Aber für mich irgendwie so, hm. Ja, also du beginnst da so, ehrlich, ich glaube, das kommt noch. Und das ist mir auch... Ich habe da auch null Probleme mit zu sagen, so ist mir zu hoch. Oder vielleicht ist es gar nicht zu hoch, sondern zu breit. Das ist schwierig in dem Fall. Ja. Aber es ist da. Also auf jeden Fall... Ja, aber kein Anspieltipp auf jeden Fall, so. Nee, nee, nee. Also das ist dann, glaube ich, eher... Das könnte verschrecken, so sogar. Ja. Wenn man das so sagen darf. Äh, irgendwie trifft das auf das meiste irgendwie jetzt, was noch kommt, finde ich. Mhm. Aber, aber... Das zum Aber, aber kommen wir. Jetzt haben wir noch einmal ein Interlude, ein instrumentales Requiem heißt es, Abgesang. Genau, orchestraler Soundtrack mit ein bisschen Chor. Es will auch gar nicht mehr sein als so ein Zwischending. Und die Einleitung für das, was danach folgt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, definitiv. Das, äh, was dann kommt, ist echt... Das ist dieses absurde 23-Minuten-Brett aufgeteilt in sechs Teile, je nachdem, wo man's hört. Ja, eben. Äh, es heißt Singularity. Das ist die gesamte Komposition. Ähm, und da bin ich zuerst mal... Nee, das machen wir danach. Wollen wir die Teile mal, die einzelnen mal kurz so, so, so nach und nach durchgehen? Kann ich eigentlich, ehrlich gesagt nicht. Kannst du nicht? Nee. Ist mir irgendwie too much. Okay, dann, dann tue ich das mal. Also ich hab das... Wie hatte ich das? Ach, tatsächlich. Ich hatte tatsächlich die Dateien als, als, ähm, Einzel... Aber wo die hier die einzelnen Stücke Einzelsongs waren, das macht's dann einfacher. Wahrscheinlich, ja, ja. Plus die Texte dazu, dann geht's. Okay, dann versuch ich da jetzt mal das ein bisschen so aufzudröseln. Wir beginnen mit Adrift und das ist ein sehr ruhiger Klang, also es ist so ein akustischer Anfang. Es geht ganz klar um, um Geschichten wie Einsamkeit und Orientierungslosigkeit und es ist einfach unfassbar schön. Also das ist, klingt so schön. Aber, es macht sich da, wie gesagt, so Thema ist aber mit Einsamkeit und Orientierungslosigkeit und da gibt's dann so Zeilen drin wie, they say we feel your pain, brother, yet they feel nothing for one another. Also wo schon so klar ist, okay, irgendwas ist hier, obwohl's eigentlich sehr schön klingt, nicht ganz, ähm, in Ordnung. Und das geht dann weiter, den zweiten Teil, I am I. Okay, und da wird auch die musikalische Begleitung, wird jetzt etwas aufmüpfiger. Ich würde schon sagen, es hat schon fast so ein bisschen so ein Power-Metal-Feeling und es ist auch inhaltlich so ein, wie so ein Ruf zu den Waffen, möchte man fast sagen. Es geht um so Themen wie Hoffnung und, und um quasi darum, dass man selbst für sich stehen kann und das aber mit den anderen gemeinsam, was so, ja, irgendwie, wie wir schon gesagt hatten, so ein bisschen das überbordende Thema der ganzen Platte ist. Ähm, aber es endet damit, dass quasi, ist schon eigentlich alles ziemlich gut, aber es gibt immer noch die Monster. Das kommt dann jetzt im dritten Teil, oder im dritten Abschnitt, wie man es nennen möchte, Derby Monsters, wird's dann zum Thema. Und da ist ja ganz klar War, da gibt's Psychotropic War, Psychosexual War, also das Krieg, es ist auch Geballer, es ist ein Metal wie nix Gutes. Und es endet mit einer mantraartigen Wiederholung der Wörter Selfish Messiah. Der, 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 der ist Selfish im Deutschen, der egoistische Messias, so, ne, und von diesem Gesinge wird übergeleitet in den nächsten Teil, der Curious Gods heißt. Und aus dem Selfish Messiah wird Try the Papaya. Also kompletter Nonsens. Also komplett wirres Zeug. Und auch musikalisch ist es so, schweben wir jetzt ganz davon, wird's richtig seltsam. Aber wichtige Aussage ist so ein bisschen, all peace to you, all peace to all. Also man merkt so, jetzt ist hier so, hier ist der Wendepunkt. Die Monster sind noch nicht ganz besiegt, aber es zeigt sich irgendwie, es geht voran. Und dann wird's richtig seltsam. Dann kommt jetzt nämlich der fünfte Teil, Silicon Scientists. Und das ist wirr, das ist einfach nur wirr. Vor allen Dingen ist es halt auch echt, zum Inhaltlichen komme ich gleich nochmal ein bisschen näher, von diesem sehr wirren Zeug, was da passiert, geht es dann rüber in den letzten und abschließenden Teil, Here Comes the Sun, der den ersten Teil at Rift nochmal ein bisschen aufgreift musikalisch, ein bisschen mit mehr Dampf dahinter, aber textlich zum Beispiel auch wiederholende Zeilen, through the meadow, through the fields oder so. Und damit schließt das Ding dann ab. So, das ist jetzt, ich glaube, gröber kann man das, was da in diesen 23 Minuten passiert, nicht beschreiben. Jetzt wird's aber tatsächlich ein bisschen interessant, oder das Interessante ist jetzt die Bedeutung von Singularity, also Singularität. Ich hab mich da auch mal schlauer gemacht. Und das ist ja das Schöne, wenn Musik einen ein bisschen dazu bringt, andere Sachen nachzudenken. Ich muss sagen, nein, ich hab's nicht verstanden. Aber es gibt für den Begriff Singularität tatsächlich mehrere, also mehrere, das beschreibt mehrere, in unterschiedlichen Kontexten andere Dinge. Und zwei passen hier meiner Meinung nach ganz schön gut. Einmal die astronomische Bedeutung, da muss ich einfach kurz den Satz aus der deutschen Wikipedia vorlesen. Die hätte ich jetzt auch eingeworfen als erstes, bei Sci-Fi, Davy. Genau, also es ist super wichtig. Als Singularität bezeichnet man in Physik und Astronomie Orte, an denen die Gravitation so stark ist, dass die Krümmung der Raumzeit divergiert, umgangssprachlich also unendlich ist. Passenderweise wurde ja gerade das erste Foto eines schwarzen Loches veröffentlicht. Nee, gemacht wurde das vor Jahren tatsächlich schon. Stimmt. Es hat gedauert, einfach den Scheiß zusammenzurechnen. Und in einem schwarzen Loch fließt die Zeit ja so langsam, dass man sagen könnte, sie steht still, wenn Herr Einstein recht gehabt haben sollte. Man war ja noch nicht da und wer immer da war, kommt wahrscheinlich nie wieder raus. Es sei denn, es gibt auch die Hawkins-Strahlung. Jetzt sind wir aber gerade ganz weit weggekommen. Aber du verstehst den Satz, den ich gerade vorgelesen habe, weil ich verstehe es einfach nicht. Aber wichtig, es gibt quasi in der Urknalltheorie, die wird da von einer Anfangs-Singularität ausgegangen, die quasi den Beginn der Raumzeit mit und ab dem Urknall bedeutet. Es gibt auch ein Ende. Ja, davon hatten wir es. Hitzetor des Universums. Das ist aber, das ist so, das ist noch viel mehr Brainfuck als jedes David Towns-Album zusammen. Das ist aber wichtig, finde ich hier schon mal einmal diese Bedeutung in der Verbindung mit dem Urknall und dem ersten Teil dieser Singularity-Songs, der da heißt Adrift. Ja, und wenn wir mal darüber nachdenken, dass es auch so einen zwei-Stunden-Song gibt, der die Schöpfungsgeschichte ist. Genesis. Richtig. Absolut. Und deswegen, diese eine Bedeutungsebene sehe ich. Also, dass wir wirklich von dem Adrift, dem verloren, einsamen, vor sich hin treibenden, immer weiter rausgehenden, immer sich verbreiternden ausgehenden. Das ist ein gutes Bild. Dazu passt ja auch sehr schön dieser Übergang von dem, von diesem egoistischen Messias quasi zu der Papaya, das ist auch dieses so, er nimmt den ganzen Scheiß doch gar nicht mal so ernst. Ja. Was soll das denn? Ist doch eh alles Quatsch. Wir sind auf so einer Steinkugel, die irgendwie unfassbar schnell durchs Weltall düst. Das ist irgendwie alles nicht so wichtig eigentlich. Oder vielleicht ist es so wichtig, aber ja. Vor allem wenn es da über die neugierigen Götter, die mit der Papaya rumspielen. Aber es gibt ja noch, es gibt mehrere Bedeutungsebenen, aber eine Bedeutungsebene von Singularität ist hier, glaube ich, ist hier definitiv wichtig. Und zwar ist es die technologische. Kennst du da die Bedeutung? Aus dem Kopf nicht, vielleicht, wenn du es mir zählst. Ja, es geht darum, das ist der Zeitpunkt, die Singularität im technologischen Sinn ist der Zeitpunkt, ab dem die künstliche Intelligenz oder künstliche Intelligenzen so weit fortgeschritten sind, dass alles, was danach kommt, nicht mehr vorhersagbar ist, weil die quasi dann viel schneller, als wir es erfassen könnten, an sich selbst weiterwurschteln und an allem drumherum. So, jetzt sage ich dir, dass nicht nur das Foto von dem schwarzen Loch rauskam, zeig gleich mit dem Album, sondern ich habe am gleichen Tag auch Terminator 3 gesehen. Bäm! Hat nichts mit dem Album zu tun. Aber es sind gute Randnotiz. Aber die KI übernimmt. Ja, aber die KI, das kommt ja auch in dem Song selbst vor, in dem Abschnitt Silicon Scientist läuft im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Aufzeichnung ist oder ob eine nachgesprochene, aber über jemanden, der über künstliche Intelligenzen phantabolisiert, so heißt das Wort. Phantasialand. Ja, Phantasialand. Ähm, und darüber, wie die quasi die Gesellschaft voranbringen können. Ah, Skynet ist ein Problem, Leute. Ist absolut ein Problem. Nicht Alexa so oft beleidigen. Das geht nach hinten los. Ist nicht so, ja, jetzt kommt, das kommt nämlich der Teil, wo ich es nicht, wo ich dann aufhöre, also ich verstehe es sowieso nicht, aber wo ich jetzt Dinge sehe und da einen Sinn sehe, aber das ist für mich kein Sinn. Ja, pass auf. Also, Alexa, Stefan sieht Dinge, er weiß es, er weiß es. Abbruch, Abbruch. KI ist hier ein Thema. Du hörst dann auch so eine Roboterstimme, die auch, das ist auch eine Artificial Intelligence, die da spricht und die spricht quasi zu den Menschen und die sagt so Sachen wie, you are broken, be aware, awaken, also pass auf, bei euch ist was nicht in Ordnung, wacht auf. So ein bisschen im Gegensatz zu dem, was in der Matrix passiert, wo man ja weiterschlafen soll, das nur nebenbei. Aber jetzt kommt da meine Interpretation und zwar kommt das dann mit dem letzten Teil zusammen, wo es da heißt, join the heavens, join the sea, wo man, wenn man möchte, von so einer Art globalen Singularität sprechen könnte, sprich, dass alle Menschen und alles mit dem Planeten in eins treten und quasi das, was die KI ihnen vormacht, ihn echt umsetzen, also für sich umsetzen, also ob sie von der KI lernen würden. Weil ich glaube nicht, Devin ist kein Typ, der irgendwie Skynet geil fände. Devin ist kein Technokrat, Devin ist ein Menschenmensch. Deswegen verstehe ich das nicht, aber genau so und nicht anders lässt sich das lesen. Ja. Also wie gesagt, ich verstehe es nicht, vielleicht ist auch alles Quatsch, aber auf jeden Fall geht es um das Thema künstliche Intelligenz, zumindest greift das auf. Teilweise ja, es geht irgendwie um alles. Ja eben, das ist es so. Aber es geht also, es geht dahin, dass alles gut wird. Das ist so die Kerne, also das sowohl des Albums, als auch eben dieses einen Songs, der in sich genommen auch wieder wie eine komprimierte Version des ganzen Albums ist und so, aber es oh hauha. Ja, das ist auch eine der Sachen, wo ich dann ausgestiegen bin, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich das Album nochmal auf dem Album. Also klar, es sind andere Songs, aber irgendwie, man kann auch nicht sagen, dass es komprimiert ist, weil es ist immer noch 23 Minuten. Naja, aber das sind damit quasi, ist das nur halb so viel wie der Rest der weiteren Spielzeit zusammen. Ja, aber so richtig, also, schon eine schlechte Komprimierung. Genesis ist wirklich das alles in komprimiert, ist quasi die Mega-Sip. Ja. Und das Singularity, die, nee, Genesis ist die, von der gesippten Datei gesippte Datei. Und lassen wir das. Ja, aber das ist komplett verschachtelt und in sich und, ja, aber jetzt kommen wir mal von dem, wir verstehen es beide nicht, haben wir festgestellt, also jetzt das Singularity. Ja, vielleicht verstehen wir es auch und wissen es dann nicht. Wow. Wow. Aber wie gefällt es dir denn? Also, weil jetzt sind wir ja wirklich an dem Punkt, wo man klar sagen muss, wir kommen nicht mehr mit. Aber hast du denn Spaß in diesen 20 Minuten? Hm, teils. Also, mir ist das dann nämlich dann tatsächlich zu wirr und zu wenig roter Faden. Was ich ansonsten auf dem Album finde, das fehlt mir hier irgendwie. Das ist too much für mich. Also, ich glaube, wenn man das aufgeteilt tatsächlich auf diese sechs Songs hört, funktioniert es besser. Aber wenn man es in dieser einen Version hört, es gibt ja auch nicht so, dass dann ein Song tatsächlich mal am Ende runter geht und dann geht der nächste wieder hoch. Sondern es ballert halt tatsächlich, also ballert nicht. Aber es geht tatsächlich straight durch eigentlich. Und das ist halt schon so. Vielleicht wäre das als EP irgendwie auch schon besser gegangen, wenn es nur eine EP mit diesen sechs Dingern gewesen wäre. Ich finde das so witzig. Also, weil ich verstehe vollkommen, warum es so geht, aber im Prinzip, ob das jetzt sechs Einzelstücke sind oder ein großer, macht ja eigentlich gar keinen Unterschied. Das stimmt. Das ist so seltsam. Das ist aber auch so ein Kopfding, so ein Orientierungsding. Total, wie wir da beeinflusst sind. Das ist richtig seltsam. Also, ich sage mal, wenn man so mit dem Text da sitzt und dann das hört, dann geht das natürlich auch, weil da hast du dann und dann siehst du, okay, jetzt wechselst und dann hörst du auch, okay, jetzt wechselt das. Und vor allem auch, weil sich ja Elemente wiederholen und dann greift der vierte Part auf den ersten oder ich glaube, es war der vierte, der auf den ersten zurückgreift und so. Der sechste aber. Aber die anderen auch, nee, weil der vierte ist, ist das mit der Papaya. Ja, es zitiert sich auch noch selbst und das macht die Orientierung da drin noch schwieriger. Ja, total, ja. Mir gefällt es aber super gut, muss ich sagen. Wie gesagt. Ich will auch nicht sagen, dass es mir nicht gefällt, aber es ist irgendwie. Es ist nicht einfach. Nee. Und es ist auch echt schwierig, darüber zu reden. Ich glaube, man muss sich das echt mal anhören, um zu versuchen, es zu verstehen. Ja, und vielleicht, also da kann man echt wunderbare Diskussionen drüber schaffen, was will uns der Künstler damit eigentlich genau sagen. Ich glaube, der will vor allem auch lachend da sitzen und darüber lesen, wie die Leute versuchen, das zu verstehen. Also, der nimmt seine Musik ja schon ernst, aber er legt auch sehr gerne falsche Fährten oder abgedrehtes Zeug, um abgedrehtes Zeug zu machen. Ja, die Papaya zum Beispiel. Also, ja, die hat eine Bedeutung, aber an sich ist es halt auch einfach nur witzig, von Selfish Messiah zu Try the Papaya zu kommen. Ich behaupte und gebe jetzt auch schon mal mein Fazit zur Platte, ich habe mir die Platte als Platte gekauft, das spricht, ich mag sie sehr, sehr gerne. Du hast vorhin auch die Limited gekauft, wo noch mal x weitere Songs drauf sind. Nee, also, dachte ich, die wäre es gewesen, ist es leider nicht, kommen wir gleich noch zu, aber lass erst mal kurz Fazit machen, zu dem, was wir hörten, weil, das ist ja manchmal der Vorteil, wenn man sich die physischen Tonträger hört, manchmal gibt es so Geschichten wie Liner Notes und sowas, wo die Menschen nochmal darlegen, was los ist. Und tatsächlich ist es hier der Fall und jetzt kommt es nämlich, es gibt zwei klare Ansagen, worum es mit der Platte geht. Zum einen ging es ihm nochmal darum, das, was er bisher so gemacht hat, zu zerlegen, um sich nochmal ganz klar zu verorten, da sind wir dann bei den Best-of-Gedanken, die du schon angestoßen hattest. Und gleichzeitig ist das, oder war das automatisch von so vielen verwirrenden Emotionen geprägt, wie die letzten Jahre global es auch waren, dass er wieder darüber nachgedacht hat, dass einerseits Empathie so vielleicht das einzige Werkzeug ist, mit dem man irgendwie noch Brücken schlagen kann, also versucht, andere zu verstehen und dass Musik ein gutes Werkzeug dazu sein kann, das zu tun. Und er sieht sich selbst so ein bisschen als, er beschreibt sich so als dankbar, dass er all das, was musikalisch uns allen inne wohnt, mitformen darf. Oder das, was er dadurch bekommt, zu eigenem formen darf. Natürlich super esoterisches Zeug, aber es sind klare Ideen dahinter, worum es geht. Man muss dazu auch sagen, er hat das nochmal in einigen Texten nochmal ganz klar gesagt, dass es ihm vor allen Dingen auch tatsächlich um Live-Publikum geht, bei dem er Emotionen auslösen möchte. Das heißt, er hat auch immer sehr aufwendige Live-Shows mit irgendwelchen crazy-Tänzerinnen-Projektionen und hast du nicht gesehen. Ich glaube, da kommt nochmal eine weitere Ebene nochmal auf die Platte dazu. Das mit Sicherheit. Aber ich meine, er war jetzt kürzlich auf Tour, kann man mal sagen. Er war jetzt tatsächlich Mittwoch in Hamburg. Und ich glaube, da war er wirklich nur Solo mit Gitarre und zig Effektgeräten, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Oh, cool. Ja, aber mit Sicherheit dann auch wieder eine ganz, ganz andere Erfahrung, als die, wie du sie schilderst, auch mit Sicherheit kommen wird. Ja. So, mein Fazit, I love it. Ich verstehe es nicht, aber I love it. Ich verstehe nicht alles. Ich würde auch sagen, das Ding ist tatsächlich, ich benutze das Wort, ein Meisterwerk. Oh! Haben wir das schon mal jemals ausgesprochen? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Aber es sind weniger tatsächlich für mich die Metal-Stücke, mehr der Rest. Ja, ich meine, die Metal-Stücke sind wahrlich in einer... Also an einer Hand abzuzählen. Ja, auch weniger die Metal-Phasen, sondern tatsächlich... Alles andere. Alles andere. Also die Metal-Phasen sind auch nicht schlecht. Nee, aber... Ähm, und wie gesagt, ich hätte zum Beispiel aus den letzten 23 Minuten vielleicht eine EP gemacht, keine Ahnung. Aber wird schon dem Album doch auch was fehlen. Weiß ich nicht. Es würde aber auch lustigerweise gehen, wenn man das Requiem tatsächlich als Outro betrachtet. Ja, genau. Das ist es nämlich. Es wirkt irgendwie rangeflanscht. Aber gleichzeitig wirkt es auch organisch. Und das ist diese ganzen Widersprüche, diese Koexistenz, wir haben es wieder davon, dieser ganzen Sachen, dass das funktioniert. Das ist so absurd und so geil. Und es hat irgendwie, obwohl es so unfassbar lang ist, auch kaum Längen. Es hat Längen. Ja, aber die sind nicht... Aber auf die Laufzeit gesehen sind das erstaunlich wenige Längen. Und es sind keine Längen um der Länge willen. Es sind kurze Längen. Nein, aber ich weiß, was du hast gehört. Das ist anders als bei, wo hatten wir es? Beim Tobi hatten wir es? Ja. Bei Vantage. Wo du merkst, okay, jetzt wiederhole ich einfach. Das ist nicht zielführend. Jetzt singen wir den Refrain einfach nochmal. Weil dann haben wir ihn nochmal. Ja. Ist schön. Das macht live dann auch nochmal Spaß. Weil du kannst es nochmal mitsingen. Alles gut. Ja, und dann wird in der GEMA, wird das dann nochmal als anderer Song gewertet. Und dann gibt es nochmal mehr GEMA-Anteile. Das will ich jetzt nicht als... Ist tatsächlich beim Songschreiben eine Sache in Deutschland. It's a thing, tatsächlich. It's a thing. Man weiß jetzt nicht, ob das jetzt in dem Fall der Grund war. Ich glaube, nee. Aber das gibt es als Motiv. Ja. Wenn man noch zwei Sekunden länger spielt, dann kommen wir in eine andere GEMA-Kategorie. Ja, bla, ey. Aber Kunst quantifizieren und so, schwierig. Aber darum geht es hier definitiv bei ihm nicht. Und das ist einfach das Ergebnis von seinem, man muss sagen, wirren Geist tatsächlich. Naja, ich glaube... Also ja, er ist nicht wirrer als jeder andere von uns auch. Er ist nur besser da drin, das rauszuziehen und dann auch wieder in Musik zu packen. Weil er das ja wirklich sehr, sehr bewusst tut. Ja, er tut das tatsächlich sehr bewusst. Aber er hat ja zumindest auch eine andere Wahrnehmung als die meisten Menschen. Das ja, also seine von musikalischen Ebenen. Synesthesie ist das, oder? Synesthesie, genau. Ja, wo man irgendwie Farben mit verschiedenen Sachen wie Buchstaben, Zahlen oder auch eben Tönen im Geiste ganz stark verknüpft. Und ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber ja, wo eine Sinnes-Ebene quasi mit einer anderen korreliert, wie es bei anderen Menschen nicht so ist. Genau. Ganz, ganz, ganz schräg. Ja. Und dazu. Und ja, jetzt muss man kurz abschließend noch sagen, es gibt noch 10, 11, lass mich lügen, weitere Songs auf einer Deluxe Edition. Die sind als Demos betitelt. Ich habe meinen Fokus jetzt auch auf das reguläre Album gelegt und mich deswegen sehr intensiv angehört. Die anderen mal nur reingehört. Aber erstens, wenn der Mann wirklich so, wenn der so Demos aufnimmt, das ist besser als manch anderes, was irgendwo sonst veröffentlicht wird. Manowar, wir gucken euch an. Zwinker, Zwinker. Und da sind, glaube ich, auch echt, also da gibt es ein Stück King, heißt das. Das ist auch mit, dass die Anneke Van Giersbergen wieder mit beteiligt. Das ist ganz großes Tennis. Da ist auch tatsächlich der Titeltrack ist da drauf. Ist der da drauf? Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Also da gibt es einen Track Empath. Stimmt, hast du recht. Ja gut, aber Empath. Also sie haben einen gemacht, haben ihn dann nicht raufgenommen, haben den Titel, die Platte genommen. Finde ich auch witzig. Ja, und da ist auch noch ein anderer Song drauf und den kann man, möchtest du jetzt zum Thema Devin Townsend noch was sagen? Nö. Nee, dann kann man den nämlich wirklich gut als Schlusspunkt nehmen. Middle-Aged Man heißt der Song und ist tatsächlich auch was, so Devin ist, glaube ich, irgendwas über 40. Und auch das hat ihn beschäftigt, so ein Mann im besten Alter zu sein. Und in diesem Song, der so heißt, der auch ziemlich cool ist, gibt es einfach so einen schönen Satz. Don't ask me who I am, cause it's a long, long conversation. Glaube ich immer aufs Wort. Na, fantastisches Werk, tut's euch rein. Fantastischer Künstler, ich werde mich so viel mehr noch mit dem auseinandersetzen. Genau, wir packen auch ein bisschen Wildwuchs auf die Playlist davon, würde ich sagen. Ich würde sagen, komm, mach doch Singularity. Nein, 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 wir machen wir, wir wissen jetzt schon was. Ich habe schon eine ganz klare Idee. Sehr gut, da sprechen wir aber gleich drüber. Also, ansonsten bleibt an der Stelle nur zu sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Unterstützen, danke an alle, die noch vorhaben, uns in einer Form zu unterstützen, folgen teilen, uns Bewertungen geben, kommentieren, weiterempfehlen im Freundeskreis, Themenvorschläge, Kritik liefern, Anregungen liefern, Bier liefern, Bier trinken, auch, Metal hören, unbedingt, Metal machen. Und uns davon CDs schicken. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ey, ich bin gerade auch so ein bisschen, ich bin gerade im Einklang mit mir, mit uns, mit euch allen. Ist das ekelhaft, wir müssen jetzt ganz schnell aufhören, das ist ganz ekelhaft. Es hat Spaß gemacht, wir hören uns. Soon. Soon. Tschüss. 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 Vielen Dank.